Willkommen zurück zu... jetzt darfst du mal einen Spieltitel auswählen. Zelda, also Legend of Zelda, Ocarina of Plane! Wir sind durch, ich werde aber das Schild und so weiter nicht benutzen, da ich es ja gemäß noch gar nicht freigeschaltet habe. Und hier ist endlich der Mond, was du meintest. Ja. Und jetzt musst du nochmal rumlaufen. Erstmal ganz raus, ne? Genau. Dann musst du nochmal da rum, mit deinen geschiedenen Stiefeln. Okay. Ja, die dürfen wir benutzen, das ist nicht das Problem. Ja. Und wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Guck mal nach oben, da müsste ein Fanghaken-greif-Ding sein. Oh. Naja, ich komm da natürlich nicht drauf. Wie dumm ich bin. Naja, ich versuche mich ab und zu immer wieder lauter zu stellen, weil mein komisches Ding ist, das stellt mich jetzt andauernd immer wieder leise. Voll der Scheißmann! Ich will, dass wir Mr. Mox übertönen. Nein, das will ich nicht. Wui. Und rüber. Das war auch das Geld. Mann. Wui, das war auch das Geld. Ich komm mir nicht. Warum komm mir nicht? Ah, wir haben es fast geschafft. Ich komm mir nicht hoch. Jetzt. Jetzt. Ich hab mich grad ja lauter gestellt. Scheiße, ey. Warum stellt mich das immer leise? Ich mach doch gar nichts. Ich rede nur noch mal. Ja, und bei mir hörst du dich immer gleich an mit der Lautstärke. Guck. Herzen! Immer noch? Jetzt bist du leiser. Ja, jetzt bin ich wieder laut. Aber dann geht das jetzt. Jetzt geht das. Was ist doch Assi? Das ist doch so Assi. Wenn ich alleine aufnähe, ist nix. Nicht aufregen, Schatzi. Zu spät. Hm. Heute fuckt alles ab, ey. Ich hasse alles heute. Auge. Jetzt hält das Auge nicht. Wie wärs, wenn ich die Stiefel erstmal anziehe? Das wär ne Idee. Zeig dir mal den ProSkiller-Tipp, wie das hier überhaupt funktioniert, ja? Genau. Oh. Mein Vorschlag muss doch mal vorgeführt werden. So, jetzt zeig dir mal, wie das geht, Baby. Mh. Ey. Lauf! Ja! Supi. Cool. Ich zieh mal die anderen Stiefel wieder an. Wäre sonst selben, wenn ich nur mit denen da rumrenne, ja. Ja, dann schleidet der immer so und läuft dann vor die Wände und... Auf. Bon. Ich bin so doof. Wollen, wie läuft das Bild? Was? Wie läuft denn Bild? Mein Bild läuft gut. Ausgesprochen gut. Da seid doch so leicht. Ja. 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 Statt da groß drum zu reden. Spaß. Ah. Lalalala. Da hab ich schon zwei. Ja, wo gehen wir denn jetzt damit hin? Gute Frage, nächste Frage. Guck vielleicht mal auf deine Karte, in welchen Räumen du noch nicht warst. Nerv nicht. Aber... Aber... Ich weiß, wo wir noch nicht waren. Wo denn? Ich zeige dir gleich, Baby. Dafür brauchen wir einen Schlüssel und den langen Enter haben. Ich glaub das war sogar ganz unten sogar, ja. Gut, dass das Wasser unten ist. Ja, klar. Hä? Meine Mutter. Deine Mutter! Ja. Sie hat geschrien und ich hab dann zurückgeschrien. Standardgemäß. So läuft das heut. Ich glaub das war hier. War das hier. Ich guck mal eben, ich wage mal einen Blick. Ah, ich glaub ich weiß, was du meinst. Ich nicht. Du weißt nicht, was du selber meinst. Mach die Fresse auf. Mach's Maul auf. Warte, ist das hier gewesen? Sperr mal Mund auf. Ne, hier war das nicht. Nein. Schwimm doch mal hoch. Da war das nicht. Da war das nicht? Nein, da war das nicht. Das ging direkt in den Raum rein. Da muss ich nichts mehr hochschwimmen. Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe ein Gedächtnis wie ein... Was für Tiere sind schlau? Delfin? Ne, ich mag keine Delfine. Elefanten. Nur weil ich dicke bin. Guck doch mal auf die Karte jetzt. Ich will gucken. Ich weiß doch wo. Da waren wir auch schon. Ich möchte mal gucken. Da wird das aber nicht angezeigt, weil wir da schon waren. Wir waren da schon? Ja. Ja, aber da wird doch die nächste Tür nicht angezeigt, weil da waren wir ja noch nicht. Doch, da waren wir schon, da kommen wir noch nicht weiter. Ja, aber dir wird doch der Raum nicht... Der Raum ist doch dunkel, wo du dann durch musst auf der Karte. Weil du hast ja den... Hier sind wir. Hier sind wir richtig. Ich gehe hier zu weinen. Hier waren wir doch schon in dem Raum, weißt du noch? Ja, das weiß ich. Ja, da müssen wir rüber. Und da geht nur dem langen Ente haken. Und da wird die Schüsse... Es ist mir gerade egal! Tut mir leid, Hase. Ich liebe dich doch. Richtig auch. So. Lass uns Freunde sein. Ah. I know. Ich habe immer noch die doofen Stiefel an. Brauche ich die hier? Ich weiß es gar nicht. Ich muss nur auf die innere Seite schwimmen, soweit ich weiß. Ich nehme euch die Gleitstiefel an. Ja. Ja, ne. Muss ich mal sehen, wie komme ich denn da heile durch? Ich glaube, du musst sogar links den Gang lang. Ich muss gerade auskommen. Ja, aber links war auf jeden Fall eine Skitula. Und was da noch war, weiß ich nicht. Einfach gegen Anschluss. Äh, ja. Ich muss doch nur da irgendwie hinkommen. Ah, hier bin ich. Ähm. Warum taucht der? Warum taucht der? Sag mir das. Weil da ein Strudel ist. Ne, dann soll er nicht tauchen. Mann, also ich habe aus Versehen ein A gedrückt. Achso. Schwimm weiter, schwimm weiter. Schwimm, nein! Dieser fette dumme Fickstein, Alter. Fette dumme Stein, du. Du, ihr fetten dummen Spinnen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ihr seid solche Vögel. Ja, wieso machst du die nicht vorher kaputt? Weil ich nicht weiß wie. Mit Pfeilen? Ich muss mich andauernd wieder laut stellen. Weil mein tolles Headset mich immer wieder leise stellt. Warum auch immer. Ich liebe es. Wieder auch leise gestellt. Schön. Fick, ey. Okay. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Du hast 30 Pfeile. Sei ruhig. Mach mich nicht so an. Ich bin heute aggressiv. Ich weiß. Man merkt das. Tut mir leid. Da sollte man eigentlich nicht mit springen. Halt die Pfeile. Okay, ich gehe auf. Ja, ich gehe auf damit. Mann, ich springe. Ich fahre jetzt auch mal hier runter, sonst kann ich nicht mehr hochschwimmen. Ja, weil du ihn anvisierst. Ja, jetzt geh da hoch, bitte. Aua. Arschloch. Penis. Gewalt. Gewalt. Friss das. Jetzt bist du dran. Friss. Bäm. Bäm. Ich treffe ihn nicht. Aber er kommt ja nicht mehr auf dich zu. Ja. Warum treffe ich nicht?